Rechte Seite Multifunktionshebel. Es gibt diverse Einstellmöglichkeit, den Hebel herunter zu drücken beziehungsweise wieder hoch, um eine Dauerbremse einzusetzen. Das ist eine verschleißfreie Bremse wie eine Motorbremse und oder eine Retarda wird dann eingesetzt. Man kann dort die Bremswirkung des Motors beim Befahren von langen Gefällestracken optimal ausnutzen. Das heißt, nach unten stufenweise die Motorbremse oder die, nennen wir sie jetzt Dauerbremse, stärker einsetzen und dadurch wird mehr verzögert, aber ein Verschleiß eurer Bremsbacken ist dann nicht gegeben. Es gibt drei Einstellmöglichkeiten, das heißt, den Hebel könnt ihr in drei Stellungen nach unten ziehen, und dann wird euer Fahrzeug verzögert. Um das wieder rückgängig zu machen, den Hebel nach oben ziehen.